Wow! Wow! Was war denn jetzt? Ich hör was, aber ich seh nix. Das höre ich doch nicht alleine, oder? Ne, warst du auch nicht. Ach, da oben. Fuck! Der lebt ja noch! Der lebt ja noch! Die Schweine hier. Ach ja, genau, das altbacken Telefon haben wir ja auch schon gesehen hier. Genau. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Stimmt, du hast dich ja sogar das Telefon lustig gemacht. Ja. Äh. Ach so, ja, das war ja hier. Teamwork! Yeah, Teamwork! Absoluter Koop! Huch! Oh, jetzt. Oh, verpiss dich! Wichser! Jetzt wirklich was von einer Shotgun. Fuck! Wo ist er? Ja. So, wo ist es? Bin ich gerade doof, oder? Ah ja, hier hinten. Fein! Das ist der Hammer! Ah, ich schicke mal den Bot los, dann kann er mal ein bisschen suchen. Äh. Ach, genau so geht das. Komm, mach du mal! Oh! Sorry, nicht gesehen. Ich habe gerade den schnuckigen, ich habe gerade den schnuckigen Klein-Bot weggeschickt. Alter, wir sollen ein paar Ressourcen suchen. Die Sau. Was ist eigentlich, wenn ich das jetzt in deiner Hand zerschieße? Was sieht da was? Was sieht da was? Stimmt. Stimmt, da sind wir beide langsam. Wunderbar. Medipack, Medipack. Äh. Ja. Achso. Ich habe mir auch mal eins geschnappt. Sicher, sicher. Aber das sind ja wieder diese Särge. Ah. Steht da. Don't. Oh. Sehr schön. Was zum... Warum ist der so fix? Hinter uns! Ja. Ah, daneben. Was für Scheißviecher. Der lebt noch. Er ist nicht mehr. Fixa. Ich nehme den Plasma-Cutter doch gleich nicht mehr. Der ist, äh, zu langsam. Is your funeral? Was heißt denn das? Was? Das ist da unten. Ich kann doch kein Englisch. Deine Beerdigung. Oh, schön. Gut, dass du Englisch kannst. Wäre jetzt ein bisschen Panne, wenn nicht. Ja. Das ist allerdings richtig. Dann würde mich meine Mutter jetzt steinigen. Ja. Exakt das. Das wollen wir ja nicht. Was? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ach, wie cool. Was ist das denn jetzt? Ja. Ach, du, äh, ein andermal. Ja, ich sehe es. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzappen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ach, wie schön. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Ja, ja, das kann er ruhig machen. Wir machen hier erstmal kurz wichtige Sachen. Ja. 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 Was ist das? Raum. Ach. Ha. Nein, ich verstehe, wie das Konzept ist. Munitionshilfe. Nein, 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 nein. Aha. Nee, das ist ja alles für den Arsch. Das ist ja alles für die Füße. Also kommen, nehme ich das. Was haben wir hier unten? Ach, Kacke. So ein bisschen basteln ist ja schon witzig. Weil man es versteht. Ja, das dauert einen Moment. Das ist ganz schlimm. Ja, du hast es mir immerhin schon verstanden. Nur ein kleines bisschen. Aber es ist jetzt doch ein Vorteil, wenn wir nebeneinander sitzen würden und du könntest mir da helfen. Ja, allerdings. Allerdings. Ei, ich kann es von hier aus erklären. Versuchen zumindest. Also nicht, ob das, äh, ja. Ja, du hast ja... Ein Versuch's mal. Ich probier's mal. Jetzt hat der irgendwas umgebaut, was ich gar nicht wollte. So gut kann ich es anscheinend doch nicht. Scheiße. Äh, genau. Geh mal. Was willst du machen? Willst du deine Waffe mal upgraden? Upgraden, Hauptsache verbessern. Alles klar. Dann geh mal auf das in der Mitte auf upgraden und dann will man die Waffe aus. Ah, Quatsch. Ja, ja, ja. Warte mal, ich glaube, ich hab gerade... Das Pfeilchen da. Genau, warte mal. Okay, warte mal. Ja, das hab ich ja schon gemacht. Das hab ich ja schon hingekriegt mittlerweile. Ah, hier. Sorry. Ja, das, äh, das war auch jetzt grad mein Fehler. Äh, geh nochmal zurück. Geh mal auf Waffe herstellen. Also ganz links auf diese, diesen Schraubenschlüssel. Und dann weh nochmal die Waffe aus. Und dann hast du ja dieses Waffensymbol, ne? Also diese Waffe. Und dann kannst du entweder nach links, rechts, hoch, runter und so weiter ein paar Sachen herstellen. Äh, wenn du dann beispielsweise nach rechts gehst, dann ist da ja wahrscheinlich was blau markiert. Nö. Dann gehen wir nach links, da müsste irgendwas anderes blau markiert sein. Also obere Tool ist blau. Ja. Obere Tool Spitze ist blau. Genau. Rahmen ist blau. Dann geh mal auf das obere Tool drauf. Ja. Und geh mal auf neues Tool herstellen. Und dann hast du da Möglichkeiten, was anzubringen. Wenn es natürlich blau hinterlegt ist, das was du anbringen kannst. Dann steht da unten rechts, äh, was das bringt beispielsweise. Und unten sind die Ressourcen, die du benötigst. Aber ich hab's anscheinend schon gemacht. Oder? Nee, da ist Tool herstellen. Aha! Aha! Okay, langsam verstehe ich. Ah! Yippie-yay-yay! Äh. Oh! Das ist natürlich super. Gucken wir mal, ob das hingehauen hat. Ja. Super, ich hab mir grad ne Schrotflinte irgendwie hingewurschtelt. Mit diesem, äh, mit diesem Waffe herstellen. Ich glaub, das ist einfach nur ein bisschen ausprobieren, so ein Scheiß. Was macht der denn jetzt? Ja, Scheiß ist echt das richtige Wort. Ja, perfekt. Super. Oh, das passt. Achso, ich wollte auch den scheiß Plasma-Karte wegschmeißen. Der kann ja nix. Dieses Kackteil. Was haben wir denn hier? Maschinenpistole? Karabiner? Karabiner. Ja, komm, Karabiner. Obwohl, ne, Maschinenpistole ist. Vielleicht doch besser. Oder vielleicht mit der ein bisschen was bauen. Öh. Hast du einen starken Revolver? What the fuck? Ich glaub, ich baue mir noch einer. Ja, mach das. Kann nicht sagen. Richtig. Naja, kein neues A. Scheiße. Fuck. Das geht nicht. Geht das? Elektrische Aufladung. Umsatzprojektile untersch... Ach jo, das ist ja fein. Super. Nicht schon mega. Gut, das hätten wir. Kompaktes... Produziert einen leistungsstarken Revolver. Ja gut, Schaden macht der halt übelst hoch. Ja, komm, dann hauen wir das mal rein. Ich hab keine Ahnung, was ich mir da jetzt zusammengewurzelt hab, aber... Ich auch nicht. Wir testen das einfach mal. Mal gucken, was der kann. Hässlich Kava? Hä? Hässlich Kava? Ja. Ich hab gesehen, dass das hinten drauf steht. Ja, du heißt Kava. Ich weiß meinen Namen. Oh mein Gott, wie geil. So, jetzt mal gucken. So. Dann. Das ist dieselbe Kackwaffe? Moment. Ja, ja, lass dir Zeit. Ich hab jetzt, äh, einen schnuckligen Revolver. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Aber dafür eine Doppelschrotflinte. Einmal das. Und das. Okay, Moment. Äh, ich glaub das noch nicht so was. Ob das hinhaut. Ich bin gut fürs Schießen und nicht fürs Basteln. Richtig. Moment. Das. Ne, das wollte ich nicht. Wo hab ich denn meine Waffe jetzt hingebastelt? Anscheinend. Ach, red mich. Scheiße. Fuck. Wollen wir weiter? Und uns, äh, töten lassen? Liebe Zuschauer, es tut mir leid, denn ich als verrecke, aber ich krieg das mit den Waffenbau einfach nicht hin. Ach, das, was hast du denn jetzt hier? Du hast du auch diese, ich glaub wir haben die gleiche Pistole, oder? Guck mal. Was? Ja, wir haben, oh cool. Oh yeah. Wir haben die gleiche Pistole. Ich werde sein, das hat ne Bums. Na, weiß ich nicht. Ich hab da so'n Elektri... Wahrscheinlich schon. Oh je. Warte, warte, warte. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was? Ich hab's ohne dich geschafft. Perfekt. Okay. Also die Waffe mag ich auf jeden Fall mehr, muss ich sagen. Ja, irgendwie. Die kann schon was und ich glaub hier die ganze Zeit gegen diesen Scheiß... Das heißt... Hups, der Kopf ist weg. Ähm, warum hast du da... Nein, ich... Ich hab keine... Achso, was hab ich denn? Hast du nen Stachel? Habst du gerade einen Stachel in der Hand? Ja, ich hab was hochgehoben, was ich eigentlich nicht hochheben wollte. Hardcore. Können wir den... Ja! Bam! Äh, wie funkt... Wo ist jetzt das Scheißding nochmal? Fehlt in der Ecke. Oh, ja. Ich hab's nur hochgehoben. Ich hab's nicht gesehen. Ist das traurig. Ob wir das hier alles schaffen? Das ist ja... Was gibt's denn da unten? Wir müssen hier erst runter. Du hast keine Torx-Stangen in deinem Inventar. Ach, drauf geschissen, Mann. Leiter vom Partner blockiert. Ja, ich... Ja, ja, ja. Wow! Wow! Die Drecksau! Du Scheiße! Huch! Ist da noch einer? Ne, ich hab ihn noch drauf gedreht. Ach, sehr gut. Kennst mich doch mittlerweile. Ja, natürlich. Wenn schon, dann richtig. Wie heißt's bei Zombieland? Double Tap. Genau! Übrigens ein sehr geiler Film. Sehr, sehr geil. Auf jeden. Ah, ja, 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 ja. Das war doch hier dieser Time to face the... Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. War das jetzt geil oder war das jetzt geil? Das war... Das war sehr geil. Der mit seinem Kack Sprengstoff überall. Der mit seinem kleinen Fimmel hat. Hilfe! Ah, das war doch hier dein, äh, dein... Oh, oh. Dein Rätsel da unten. Achso, wo sind sie? Ja, ich hab grad... Oh Gott, kotzt mich nicht an. Nein. Geh weg. Mann, stirb du Ficker. Entschuldigung. Hilfe! Oh, oh. Warte, ich komme. Ich komme. Warum kann man sich dann nicht mehr selbst heilen? Einfach so eine Spritze ins Beinrahmen oder so. Wie bei Left 4 Dead. Das... Das wäre... Das wäre geil. Warte, warte, ich komme. Oh. Das war sehr dukel. Danke. Yeah, jederzeit. Was für Fickviecher ohne Mist. Vor allem mehr auf... Witzer. Das war grad sehr kalt. Das war so ein bisschen gesehen. Du Dreck-Sau. Was? Wo? Wie? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht da drauf. Sehr gut. Auch mal treffen. Kommt zwar nur selten vor, aber... Ach was. Da haust die Dinger doch weg wie... Gummibärchen. Gummibärchen. Weißt du, hat kein Bein mehr, kein Schwanz mehr, läuft aber noch weiter. Ist klar. Also ganz ehrlich, ich... Huch! Fick dich! Fick dich! Geh weg! Oh, oh, zwei Stück. Fuck! Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck! Fuck! Oh mein Gott, geh weg, du Pilz. Oh, scheiße. Warte, haben wir gleich, haben wir gleich. Guck, 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 guck. Oh! Scheiße! Du Wichser. Ja, so geht das natürlich auch. Fuck, daneben. Wo bist du, du Ficker? Hinter, äh, der ist an dir vorbeigesprungen. Die Drecksau. Echt? Nö, ist weg. Ja. Och ja. Ich glaube, wir haben es geschafft.